Hallo, meine lieben Gastro-Kollegen. Leute, ich fliege jetzt nach Polen zu Lukas Podolski. Hallo, mein lieben Gastro-Kollegen. Und warum fliege ich nach Polen zu Lukas? Wir brauchen von Lukas eine Unterschrift. Was für eine Unterschrift, verrate ich an der Stelle noch nicht. Aber ich habe noch ganz viele Fragen im Gepäck, die ich beim ersten und zweiten Treffen. Da habe ich es mir so ein bisschen verknifft, ich habe mich nicht getraut. Seid gespannt. Jetzt checke ich mal die Gastro hier ab. Flughafen, leider schlechtes Essen, wenn man sich gesund ernähren möchte. Und ich werde euch jetzt gleich mal zeigen, warum das so ist. Hamburger Flughafen, heute ist echt viel los, aber ich bin schnell durchgekommen. Und guck mal hier, zu viel Pappe, zu wenig Grünes. Da kannst du so geile To-Go-Produkte machen. Also an alle Flughafen-Konzepierer, ihr müsst unbedingt in euren Flächen gesunde Alternativen mit einbauen. Das ist ein Hammer-Trend. Und die guckt mich die ganze Zeit an, aber warum jetzt lacht sie? Wenn die Leute dich angucken beim Filmen, musst du direkt die Kamera auf sie richten. Dann lachen sie. Hallo, wie geht's? Wie geht's Ihnen? Kennen Sie mich noch? Doch, wie geht das auch? Ja, hallo, grüßen Sie. Sie kennen mich sogar, ja, wunderbar. Haben Sie ein Cappuccino mit Hafermilch? Hafermilch leider habe ich einen nicht. Haben Sie nicht? Ja. Was Gesundes zum Essen? Essen? Das gibt es alles Schönes, das auch. Ja. Ja. Okay, dann schaue ich mal drüben. Sehr gerne. Ne? Dankeschön. Tschüss. Das meine ich, ne? Das meine ich, ja. Ich mal Hafermilch, Alter. Lauf ich mal zum Nächsten. Und ich bin nicht einer von denen, ne? Die Aufschicke-Micke-Micke-Macher mit Hafermilch. Ich habe wirklich eine Unverträglichkeit. 14.000 Döner lieben. Allein in Berlin gibt es 1.000 Döner. Das Produkt ist in Deutschland so verankert. Ich hätte schon fast gesagt, wie die deutsche Nationalhymne. Und jetzt, da der Preis auch so ist, wie er ist, also 7, 57, 8 Euro, kann man das Produkt halt auch systematisieren. Das heißt, ver-franchised. Vorher mit dem Preis von 5 Euro war es einfach nicht möglich, Strukturen aufzubauen, entsprechendes Personal einzustellen. Mit der Preisspanne von 8, 8, 50 teilweise haben die Dönerläden jetzt genau diesen Hebel, diese Chance. Und einige, wie Lukas Podolski und Metin, nehmen das jetzt wahr. Vor 5, 6 Jahren haben sie angefangen und waren einer mit der ersten. Es gibt aber auch andere Player wie German Döner, Kebab. Inzwischen, ich glaube, fast 300 Filialen. Deswegen freue ich mich, dass das Produkt jetzt auch eine Bühne bekommt, wo es einfach professionell dazugeht. Weil ein Döner schmeckt einfach so vielen Menschen. Es ist Fleisch drin, Brot, Soße, Salat. Die Kombi ist ammer, es ist warm, du kannst es zu jeder Tageszeit essen. Gut, zum Frühstück würde ich es vielleicht nicht tun. Spannende Themen zum Döner, sage ich euch. Deswegen mal gucken, was Lukas dazu noch uns beizusteuern hat. Vielleicht an der Stelle noch eine wichtige Info. Am Tag werden in Deutschland 3,1 Millionen Döner verzehrt. Das ist fast eine Million mehr als Hamburg-Einwohner. Das ist kein Produkt mehr, das ist schon... Das gehört zum Leben so. Da haben wir Töten echt was auf die Beine gestellt. Weil leider, leider jahrzehntelang das Produkt für günstige Preise verschärft, weil jeder den anderen überwohnt hat. Ketowice, ich weiß gar nicht, ob Polty nur dort ist, weil er irgendwie dort Termine hat. Deswegen treffen wir uns dort, oder ob er dort wohnt. Wir sind mal gespannt, glaube ich, auch Familie in Polen. Die Frau lebt in Polen. Fünf Kinder hat da, glaube ich, die Maschine. Hat da also auch viele Tore geschossen. Voll schön hier. Alles sauber aufgeräumt. Das ist unser Hotel. Hotel Monopol. Hallo. Hier mein Jurist, mein Name. Leute, so sieht dann die Suite aus von den richtigen Chefs. Hier bin ich bei Metin im Zimmer. Servus, Metin. Servus. Danke, dass es geklappt hat in Polen. Bin durch dich zum ersten Mal in Polen, mein Freund. Kriegen wir von dir und von Polty die Unterschrift vielleicht. Aber wir sagen nicht wegen was. Würde ich gerne. Wann macht ihr in Polen auf? In zwei, drei Wochen. Nein, Boris Domitsch, Chefredaktor, Food Service. Da hat er aber auch gleich die richtige Zeitschrift in der Hand. Döner mit System. Und das ist der Systemmann hier. Er ist hier in der zweiten Gründe. Guck mal, hier ist noch ein Dönerladen. Gibt es viele Dönerläden in Polen? Nein. Nicht, ne? Wie viel wollt ihr hier aufmachen? Habt ihr schon so eine Zahl im Kopf? Die rücken mit Zahlen nicht raus, so, ne? Lukas ist noch nicht da. Kommt gegen 18.30 Uhr, 19.00 Uhr. Mir hat gerade sein Partner gesagt, ich darf nicht so viel Fragen über Zahlen und Umsätze und so. Das möchten sie nicht. Er hat mir gesagt, okay, verstanden. Aber ich werde ihn trotzdem ausprobieren. Warum? Ich bin der Gastrofester. Wir müssen auf die Karte gucken. Wir kamen ja über das Thema zusammen. Wir machen jedes Jahr, und das schon seit 40 Jahren, wirklich, in Hamburg zu Internorga. Weil Internorga ist die stärkste Messe in dem System. Das ist die Branchenmesse. Verleihen wir jetzt seit 40 Jahren den Food Service Preis. Das ist der Oscar für die Branche. Ja, das wollte ich jetzt. Neh, nehme ich gerne entgegnen. Soweit seid ihr noch nicht? Ich könnte mal irgendwann vielleicht... Das funktioniert doch mit Preisen. Die werden einfach irgendwo gegeben. Aber nicht hier. Bei uns. Im Endeffekt ist es halt so, dass wir... Ich habe manchmal so Preise bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, welcher. So richtig gute Preise. Wenn man sagt, boah, geil. Dann fragen die mich an, aber genau dasselbe Thema. Sag ich, ja, aber ich weiß nicht, ob ich kommen kann an dem Tag. Weil Training und hier und da. Dann vergeben wir den anderen. Kriegt halt andere, ja? Ja. Also bei uns ist es nicht so. Okay? Aber wie ich sagen wollte, an dieser Gala am nächsten Tag laden wir 400 Leute ein. Das ist dann kein Event wie so ein Kongress, sondern das ist eine Abendgala. Das ist auch ein Klassik. Smoking oder Abendgleit. Im Nord-Elysée in Hamburg. Ja, ihr könnt so ein T-Shirt oder anzusehen. Die machen auch noch hin. Ja, bleib ich doch. Lukas, die gucken alle. Wegen dir. Wegen dir. Normal. Die denken, Gastonflüster ist endlich mal in Polen. Goldi ist super authentisch. Und ich finde, die Story, die du mir erzählt hast, wenn ich jetzt mal so nachdenke, was die Story sein könnte. Authentisch ein Produkt gewählt, wo er hinter steht. Und nicht einfach nur gesagt, ich mache Geschäft, weil ich was aufbauen will. Sondern du hast das Produkt als Junge gefeiert auf der Straße. Ja, ich bin halt einmal, wenn ich irgendwas anpacke, dann auch 100%. Ich habe mit Mädchen gesprochen, ihr seid ja gleich mit ihr Partner. Ich weiß nicht, ich sage ja auch Mädchen ab und zu meine Meinung. Warum ist das passiert oder warum das? Ich kann mich auch sagen, komm, das habe ich irgendwann aus in 10 Jahren. Und gut ist, ich mache nichts. Ich gebe nur meinen Namen. Aber ich bin ja einer, der auch dahinter ist. Da steht die Strategie der nächsten 5 Jahre in Deutschland für McDonalds drin. Hat er mir erzählt. Sie gehen hin, sie haben jetzt schon 60% auf Apps und digitalen Umsatz. Und sie gehen und bauen es noch stärker aus. Dazu zählen die Stationen, dazu zählt auch die App. Die Bindung, die haben mittlerweile in Deutschland's Charts, Download Charts, für die App ist McDonalds und was da. Das sage ich ja die ganze Zeit doch, finde ich. Wir müssen irgendwie was machen, was andere noch nicht haben. Okay, du musst nach vorne denken. Alles digital, Leute. Das Handy, das ist alles. Jeder schaut in die Hand, in die Flecken rein. Da musst du stattfinden. Auf Instagram, TikTok, Bestellsystem, Ordersystem, auf Reservierungssystem. Es muss digital laufen. Deine KPIs, deine Wareneinsätze, deine Personaleinsätze. Es ist die einfachste und schnellste Form. Wo wollt ihr in 1,5 Jahren mit Manga sein? 100 Läden. Das heißt, ihr braucht noch 70 ungefähr, ne? Ja. Wir brauchen uns nach dem 7. März, so dass es nochmal zack, nach dem 7. März. Warum? Warum? Jetzt, wir haben es auf Kamera. Warte, warte, warte. Da ist irgendwas, ich weiß nicht. Das ist irgendwie Hochzeit, Geburtstag oder irgendwie sowas. Da ist das Food Service Forum. Irgendwas ist da, ich weiß nicht. Wir sind hier um Lukas Podolski und Metin auf die Bühne. Der Chefredakteur. Ja, das würde uns natürlich super freuen, wenn das klappt am 7. März nächsten Jahres. Und ihr seid die Ersten, die auch mit Döner auf der Bühne sind, ne? Muss man dazu sagen. Das ist mit Abstand, ja klar, weil Döner ja auch gerade erst jetzt systematisiert wird. Es gab vor 15.000 kleine Dönerleben in Deutschland, aber jetzt wird das System. So ein System, dass es sogar auf der Food Service, auf der Titelseite ist. Und ich muss wirklich sagen, die mit dem System angefangen haben, die beiden Herren sitzen gerade hier. Und haben dazu beigetragen, eywallah, sagt er, dass das Ding auf die Titelseite kommt. Ja, da, und sie sind sogar drinnen, genau. Das sind die zwei von der Tankstelle. Aber was ist das für ein Gefühl? Viele reden ja darüber und da in der Sparte wirklich die Ersten zu sein. Denkt ihr manchmal, wow, richtig viel erreicht, schon 28? Klar, auf jeden Fall. Also warum soll ich mich dahinter verstecken? Es steckt ja auch Arbeit hinter und Ehrgeiz und viel, viel, viel geschwitzt dafür. Und warum soll ich mich jetzt davon schämen und zu sagen, ja, nee, wir sind nicht die, die, die das jetzt quasi mitentwickelt haben und so weiter. Hast du auch manchmal Ängste, dass es kippt oder nicht läuft? Gibt es das manchmal? Nein. Mitten hat mir gesagt, lasst Lukas Produkte, sagt nicht viel mit Zahlen, das mag er nicht. Aber ich habe hier immer gesagt, wenn die Leute ins Fernsehen kommen, dann die Journalisten, die fragen immer blöde Fragen, ne? Aber ich liebe es, die fragen trotzdem. Sag mal, gibt es so einen Preis, wo ihr sagen würdet, den würden wir verkaufen? Erstmal noch nicht, was ist ein Preis? Also ich glaube, wenn wir weiter daran arbeiten und das Ding weiter nach vorne geht, dann kann es schon ein paar hundert Millionen kosten, das Ding. Also GTK ist gerade 300 Millionen wert, wird gesagt, ich glaube, ihr könnt die 100 knacken, das habe ich schon mal gesagt. Sag mal, es ist immer wichtig, Ziele zu setzen im Leben. Ziele zu haben und daran zu arbeiten, aber nicht den Kopf dabei zu verlieren. Also in der 80 sind es 80. Man muss nicht so gierig sein, also nicht jetzt irgendwie denken, man hat jetzt so einen Höhenflug und man jetzt irgendwie, ja, auch Randrücken, sondern weiter, weiter den Weg gehen, weiterentwickeln. Arbeiten, Struktur, Struktur, Struktur. Nur die Hälfte, wir können sich hinsetzen nicht. Ich habe 5 Euro, bitte. Ich bin Manager. Ich möchte als Operativer noch was dazu sagen. Man muss hier an der Stelle auch mitten, wirklich hohe Kunst, operativ, bis dahin das Ding gebracht zu haben, ist auch schon eine richtige Kunst. Der kommt vom Handwerk, Lukas hat wirklich auch geguckt, wer macht das Handwerk, wo schmeckt das und so haben sie sich kennengelernt, waren früher Nachbarn und so entstehen dann auch Business Partnerschaften. Und ich finde immer, das muss ich an der Stelle sagen, da haben sich zwei gefunden, aber, ja, aber ihr macht auch so viel Scherze miteinander, er lacht und ich finde das gut. Ihr habt, ihr nehmt euch nicht zu ernst, du lachst über ihn, er lacht über dich, macht Scheiße, das finde ich gut. Wie mein Bruder. Trinkst du Chai zu Hause? Ja. Echt? Wo jeden Kaffee am Morgen, so ist für mich Chai, den ganzen Tag aber. Hast du gerne in Chibon? Sogar in der Kabine haben wir, sogar in der Kabine gibt es Chai. Echt? Hast du eine schöne Zeit gehabt in Istanbul? Spieler trinken, Mitarbeiter trinken, Trainer trinken. Hier in Polen hast du das eingeführt? Ja, wo ich bin, wo bin ich denn? Ich habe zu Hause eine Chai-Maschine, in der Kabine gibt es eine Chai-Maschine, in der Kabine trinkt jetzt jeder. Schau, was hier los ist. Guck mal hier, was hier los ist, Alter. Aber polnische Damen sind auch hübsch, ne? Bist du vergeben? Ich bin verlobt, ja. Dann bist du hier falsch. Du? Ich auch. Komplett vergeben. Was machen wir hier? Lukas, welches Fußballereignis von dir ist das prägendste, was du nie vergessen hast? War es Weltmeisterschaft? Was ist das für eine Frage überhaupt? Ist so, ne? So eine Kinderfrage. Ja, okay. Da ist auch der Journalist, du musst die Frage stellen. Ich habe ja. Das ganze Leben ist ein Erlebnis. Das ganze Fußballerlebnis ist ein Erlebnis. Wenn der Junge träumst, irgendwann mal Bundesliga zu spielen, dann irgendwie so eine Karriere machst mit der Nationalmannschaft und so weiter, dann ist das ja ein Erlebnis. Nicht nur ein Spiel, ein Tor, ein Erlebnis, sondern die ganze Reise ist ein Erlebnis. Und wie hast du dich bei solchen Zeiten, wo es wirklich Verletzungen im Keller mit den Gedanken, Mindset, wie hast du, was hat dir da geholfen? Der Döner. Mit oder ohne Soße? Ich habe früher in der B-Jugend, A-Jugend, der FC Köln gespielt, habe ich manchmal vor dem Spiel einen Döner weggehauen. Echt jetzt? Klar. Also du würdest sagen, Nährwerte, es passt alles. Meine Freunde, Marokkaner, Tunesier und die ganzen Ausländer, die haben mich immer zum Spiel gebracht, unterwegs manchmal einen Döner. Und dann konntest du trotzdem 90 Minuten durchkicken? Ja, das ist alles Kopf. Aber was hilft beim Mindset? Nein, darum ja, ich habe meine Geschichte mit Döner. Es ist ja nicht so, dass ich den Döner neu erfunden habe, sondern ich bin mit dem Döner groß geworden. Ich liebe den Döner. Jemand will mit dir ein Foto machen. Ja, komm, mach mal ein Foto. Weißt du, wer ich bin? Ja, natürlich. Echt? Ja, der Kibabbeschmärte. Ich wurde in Polen erkannt, Alter. Wer ist von der Kibabbeschmärte? Komm her, du bist das Filmen hier. Komm her, du bist das Filmen hier. Warte, warte. Heil ja, heide ja. Ich wurde erkannt, wollte dich nicht. Ja, überall, überall. Heil ja, heide. Heide, heide, heide. Jetzt geht's zum Flieger. Es ist immer wieder erstaunlich, wie bodenständig, wertebasiert dieser Mensch ist. Mein Mann muss sich mal vorstellen, es ist ein weltbekannter Fußballer. Weltmeisterschaft gewonnen. Im Business wirklich extrem erfolgreich. So bodenständig. Gestern haben wir in der Lobby gesprochen, wann sie bereit wären zu verkaufen. Ich glaube, sie werden 100 Standorte nicht schaffen bis Ende nächsten Jahres. Ich schätze, sie werden sogar bei 50, 60 sein. Und ich schätze, bei 60 Standorten, gehen wir mal davon aus, die Hälfte ist Franchise, die Hälfte nicht. Eigenbetriebe, 15% Marge, 1 Million pro Standort sind 60 Millionen. Da macht das Unternehmen vielleicht 8, 9 Millionen. Gewinn, 6-fach, 7-fach. Ich denke, Ende nächsten Jahres könnten die schon einen Wert haben für die Firma von 50, 60 Millionen. Erstaunlich. Und die sind die Ersten. Die wissen schon den Wert dahinter. Sie sind aktuell fast bei knapp 30 Läden. Wir öffnen pro Monat mindestens einen Standort. Deswegen 100 wird schwierig. Aber ich glaube, an die 50 bis Ende nächsten Jahres kommen sie ran, bis 60. Wenn man davon ausgeht, eine Million pro Standort. Also schon muss man sich überlegen, wenn man so einen Exit hinlegt, 50, 60 Millionen. Es können aber auch 100 sein, wenn sie weitermachen. Werden strategischen Partner mit reinnehmen, der die Expansion beschleunigen kann. Dann gibst du natürlich was ab, aber der Kuchen wird größer und deine Prozente, die weniger sind, sind dann trotzdem mehr wert. Also Teile und Herrsche trifft in der Gastronomie auf jeden Fall zu, weil es halt so ein People-Business ist. Und damit ist es auch nicht trivial, sondern auch komplex. Du hast viele Fehler, die überall an jeder Schnittstelle entstehen können. Bis mal etwas standardisiert läuft, dauert das extrem lange. Aber die Arbeit haben sie wirklich. Also das Fundament ist gut gelegt vom Manga. Sowohl Ladenbau, sowohl die Qualität, sowohl die Produkte, die der Franchise-Nehmer bekommt. Auf einem guten Weg. Und dann war es für mich eigentlich eine runde Sache. Und schön, dass ich hier war. Und Polen, ich komme wieder. Ich brauche, glaube ich, zu den Zahlen, Daten, Fakten nichts zu sagen. Wir haben genug darüber geredet. Aber was ich nochmal sagen möchte, was ganz, ganz wichtig ist, das brennt mir in der Seele. Ich habe ja letztes Jahr über 100 Gastronomien besucht. Und jeder, der einen Laden hat, was gut funktioniert, und da muss man wirklich mit Respekt anerkennen, dass ganz viele tolle Sachen machen, sagen, ich möchte ins Franchise. Ja, finde ich auch gut, aber zwischen einem Laden und zwei Läden ist ein Riesenunterschied. Von zwei auf drei ist nochmal ein Riesenunterschied. Unterschätzt das bitte niemals. Ansonsten, und den Fehler habe ich selber schon mal am eigenen Leid gespürt. Das hat mich fast meine ganze Existenz gekostet. Also, macht euch schlau. Systematisiert den ersten Laden. Erschaffe, programmiere, multipliziere. Nach diesem System. Und wenn der erste Laden super gut eingestellt ist und läuft, versuch dir von diesem ersten Laden den zweiten genauso hinzukriegen. Und da werdet ihr schon merken, oha, geht nicht so einfach. Du brauchst einfach noch mehr verlässliches Personal. Du musst loslassen lernen können. Du musst auf die Schnauze fliegen mit dem zweiten Laden. Du musst Fehler machen mit dem zweiten Laden, bis der funktioniert. Und dann zum dritten. Und wenn du drei Läden hast, und hier ganz wichtig, aus diesen drei Läden die Zahlen hast. Belastbare Zahlen. Denn wenn du jemandem dein Konzept gibst, dann nimmst du, dann spielst du mit seiner Existenz. Du gibst ihm dein Konzept und sagst, das funktioniert. Und wenn das bei drei Läden funktioniert, und die Zahlen sind stabil, dann kannst du es mit gutem Gewissen tun. Wenn das Handbuch und alle anderen Dinge, die dafür relevant sind, für so eine Multiplikation, das ist nicht einfach, nicht trivial, dann kannst du es machen. Und dann nimmst du am besten einen von den drei Läden von deinen Mitarbeitern und gibst ihm ein Franchise, gibst ihm eine Existenz, gibst ihm eine Chance, mit dem du das dann nochmal als Pilot einstellst. Denn dann wird es auch noch nicht reibungslos funktionieren. Das ist nun mal Gastro. Viele Hände im Spiel. Tut mir bitte diesem Gefallen. Nicht zu leichtsinnig mit eurem Schicksal, mit eurer Existenz. Aber auch, ganz wichtig, nicht mit dem Schicksal der anderen Menschen umgehen. Die haben auch Kinder. Die haben schwer ihr Geld gespart. Und jetzt glauben sie dir, und dein Konzept ist noch nicht mal belastbar, weil du selber weißt, dass es vielleicht nicht belastbar ist und einfach dem Trend hinterherläufst. Franchise, Franchise. Was meint ihr zu dem Thema? Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, der Blog hat euch gefallen. Checkt meinen Kanal. Es sind so viele tolle Videos. Bleibt diesem Kanal treu, wenn du was in der Gastronomie erreichen willst, wenn du dich weiterentwickeln willst. Ich bedanke mich und ciao.